Hallo miteinander, ich hoffe ihr habt einen wunderbaren Tag und ich begrüße euch hiermit recht herzlich zu diesem neuen Video. Heute besprechen wir 10 Schritte, die man braucht, um ein erfolgreiches ICO zu erstellen. Doch was überhaupt ist ein ICO? ICO oder auch ausgeschrieben Initial Coin Offering ist eine neuartige Methode, die verwendet wird, um in neu erschaffte Kryptowährungen zu investieren. Hierbei investieren Teilnehmer einen gewissen Betrag in ein Kryptowährungsprojekt, in der Hoffnung, dass sie dann dadurch einen Mehrwert generieren. ICOs sind zuerst Unterstützer und Förderer der Projekte. Erst wenn sich das Projekt positiv entwickelt, gibt es auch Profit für die ICOs. ICOs wurden erstmals eingeführt, um Investitionsanteile an Projektanleger und Fonds zu verkaufen. Vom Unternehmer wird ein White Paper zur Verfügung gestellt, welches alle technischen Details und das Geschäftskonzept beinhaltet. Anschließend wird eine Zeitachse und ein Anteilsvertrieb festgesetzt, um das Zielbudget zu erreichen. Und dann in der Crowdfunding-Stufe werden weitere Tokens mit Kryptowährungen wie Ethereum gekauft. Schritt 1 ist die Schöpfung einer Kryptowährung, die auf einem Protokoll basiert, wie Open Ledger, Ethereum oder Counterparty. Schritt 2 ist das Bestimmen eines willkürlichen Wertes vom Teams, welcher auf dem Wert des momentanen Netzwerks basiert. Und Schritt 3 ist der Entschluss über die Preisdynamik, welche von der Marktnachfrage und dem Angebot gestützt wird. Danach werden die individuellen Anteile an die Teilnehmer verteilt, was bedeutet, je mehr ein Teilnehmer investiert hat, desto größer sind die Anteile. Dadurch entsteht eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Investoren und der Kryptowährung, was die Entwicklung fördert und so zu einem Punkt gelangt, an dem der gehandelte Preis über den Preis des ICOs steht, wobei dann Gewinne erzielt werden. So sind die Preiskalkulationen von Mechanismen beim Erstellen des ICOs aufgebaut. Beim unbestimmten Preis kann der Entwickler seine Token am Anfang noch nicht verkaufen. Das dient der Sicherheit, da es Anlegern erlaubt ist, neue Token auf ihrer Investition proportional gestützter Anteile zu erwerben. Solche ICOs ermöglichen ein 100%iges Eigentumsrecht von neuen Anteilen durch einen einzigen Anleger. Ein ICO mit Pauschalpreis erstellen. Hierbei hat der Entwickler einen Wechselkurs oder einen Preis für die Token bestimmt. Eine Vereinbarung wie diese erlaubt einen vielfachen Scheinkauf für einen Pauschalpreis. Pauschalpreis-ICOs werden durch eine eingefrorene Phase begleitet, die wie ein Schloss funktioniert und den Tausch und den Handel von Anteilen verhindert. Eine solche Phase ist ein guter Zeitpunkt für den Einstieg in das Kryptowährungsprojekt. Das holländische Versteigerungs-ICO. In einem solchen ICO fängt der Anteilsverkauf mit dem höchsten Preis an und der Anteilspreis nimmt proportional bis zum Ende des Scheinverkaufs ab. ICO mit Preisanstieg. Es wird ein fester Wechselkurs vom Team festgelegt und früh investierende Anleger bekommen den besten Preis pro Anteil, da die Höhe ständig mit der Zeit zunimmt. Warum sind ICOs so ähnlich wie IPOs und Crowdfunding? Es gibt keine allzu großen Unterschiede zwischen ICOs und IPOs, denn in beiden Fällen werden Tokens einer Kryptowährung für Investoren angeboten, die in einem bestimmten Zeitraum diese Finanzmittel zur Verfügung haben. Allerdings können die Tokens aber nach Belieben gehandelt, verkauft oder getauscht werden. Das ICO ähnelt auch stark dem Crowdfunding und tatsächlich wurden beide in der Anfangsphase als Mengenverkäufe bezeichnet. Nun möchte ich euch auf 10 Tipps aufmerksam machen, die euch zu einem erfolgreichen ICO führen, zum Stand 2018. Zuerst brauchen sie ein Whitepaper. Ein Whitepaper ist die technische Dokumentation aller notwendigen Daten, ähnlich wie ein Businessplan. Damit wird versucht, eine Finanzierung zu generieren, bevor der Prototyp überhaupt entwickelt wurde. Das Schreiben eines gelungenen Whitepapers gehört zur Hauptaufgabe eines jeden Teams. Und diese Aufgabe sollte nicht an jemand anderen überreicht werden, sondern man sollte sich mit dem Team zusammensetzen und dieses Whitepaper ausarbeiten. Investoren brauchen unbedingt eine zumindest halbtechnische Erklärung von dem, was sie in diesem ICO erwartet. Das Whitepaper sollte an Anleger ohne Fachkenntnisse und erfahrenen Entwicklern gleichermaßen gerichtet und verständlich sein. Es sollte folgende Punkte umfassen. Den Zweck der Anteilsverteilung. Anleger sind bezüglich der Anteilsverteilung und der Anteilspreiskalkulation sehr empfindlich. Sie möchten wissen, wie viel der Geldsumme im Prozentsatz das Team und wie viel die Anleger bekommen. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie die richtige Geldmengenpolitik anwenden. Der nächste Schritt ist das Erstellen der allgemeinen Bedingungen. Sie sollten hierfür die gesetzlichen Hintergrundforschungen vornehmen. Entscheiden Sie sich für Ihre ICO allgemeinen Bedingungen. Entscheiden Sie sich auch dafür, wer beitragen darf und wer nicht. Es ist immer praktisch, einen Rechtsberater im Team zu haben. Der nächste Schritt besteht darin, sich ein großes Team aufzubauen. Ein vielfältiges Team ist der Schlüsselpunkt zum Erfolg. Hierbei sollten Sie sich nicht nur auf Geschäftsleute konzentrieren. Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie gute, erfahrene und talentierte Entwickler im Team haben, wenn Sie von Anlegern ernst genommen werden wollen. Das gibt den Menschen den Eindruck, dass sie dazu in der Lage sind, ihre Idee auch durchzuführen. Sie brauchen Menschen mit Vertrauenswürdigkeit, die bereit sind, ihren Ruf mit ihrer Idee zu kombinieren. Als nächstes müssen Sie sich für Ihre Scheintechnologie entscheiden. Momentan ist auf dem Markt Ethereum bei Weitem das Populärste hierfür. Das Schaffen eines Ethereum ERC20 Tokens ist einfach, aber ein strategisch orientierter Verkauf erzeugt bessere Gewinne. Zum Beispiel können Sie die Preis-Nachlass-Struktur auf das Beitragsdatum anpassen. Der nächste Schritt ist die Erstellung eines Prototyps. Sie werden bei Weitem glaubwürdiger sein, wenn Sie einen Prototyp zu präsentieren haben. Animieren Sie Leute dazu, Ihre Seite zu berufen und nehmen Sie dabei auch in Kenntnis, dass eine Seite mit nicht erkennbarer Linie für den Ablauf viel Misstrauen bei Leuten erregt. Wenn Ihr Name nicht gerade Vitalik Buterin oder Gavin Wood ist, dann können Sie ein Problem haben, wenn Sie nur mit einem Whitepaper ohne Prototyp aufkreuzen. Der nächste Schritt besteht darin, einen Ausführungsplan zu erstellen. Entscheiden Sie hierbei im Vorfeld, wie viele Runden an Anteilsverkäufen Sie haben wollen. Zum Beispiel Privatverkauf, Vorverkauf, ICO oder allgemeiner Verkauf. In dieser Stufe sollte es verschiedene Preis-Nachlass-Strukturen geben. In diesem Aspekt erhielten ICOs sehr viel Kritik in der Vergangenheit. Im Allgemeinen wollen Sie angemessen vorgehen und nicht, dass Ihre Tokens veräußert werden. Sie können vor der Erlaubnis des Handelns die Identität des Benutzers überprüfen, wenn dieser teilnehmen möchte. Noch einfacher geht das, wenn die Teilnehmer eine Whitelist erstellen. Während des Erstellens verfolgt der SEC, US Securities und Austauschkommission, Scheinverkäufe ohne KYC durchzuführen. Der neue Kryptowährungsaustausch beginnt zeitnah, aber es sollten alle digitalen Währungen, die nicht das KYC-Verfahren durchgeführt haben, ausgeschlossen werden. KYC kann äußerst nervig sein, aber es ist in vielen Staaten erforderlich. Der nächste Schritt ist die Hardware-Einstellung. Es kann viele Einstellungen geben, gerade wenn Sie ein Wallet brauchen, um die bisher gesammelten Gelder zu speichern. Eine externe Multi-Sig-Wallet ist immer eine gute Wahl. Sie sollten sich auch auf das Szenario gefasst machen, dass Ihre Wallet gehackt wird. Als technische Basis fungiert Ethereum. Sie brauchen auch zur Einstellung einen Knoten von Ethereum, der völlig mit dem Test und dem Hauptnetz synchronisiert ist, um Ihre Smart Contracts zu starten und zu prüfen. Als nächstes sollten Sie Ihre Website erstellen. Ihre Website sollte leicht verwendbar und idiotensicher sein. Es sollte klare Instruktionen geben, wie man sich in das Projekt einbringt. Viele berufliche ICOs haben auch ein Anmeldesystem für Benutzer, um ihre Berichte zu erstellen und um Dokumente auf Anfrage herunterladen zu können. Ein hingebungsvolles Portal zu haben, verbessert auch gleichzeitig die Marke. Der zehnte und letzte Schritt ist der Markteintritt. Sie können das beste Produkt haben, aber wenn die Leute nichts darüber wissen, dann wird Ihnen das nichts bringen und Sie werden keine Gewinne generieren. Da helfen die sozialen Medien auch nicht weiter. Sie werden einen guten Marketingplan, ein gutes Marketingkonzept benötigen, um Ihren ICO bei den Nutzern erfolgreich zu machen. Man hört von allen Seiten ständig, dass man in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investieren soll, weil das sich am meisten lohnt. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Das ist längst nicht mehr so und der Markt schwankt, was bei dem Hype nicht verwunderlich ist. Dafür gibt es aber auch andere Möglichkeiten, an außergewöhnlichen Renditen teilzuhaben. Und ICOs sind eine davon. Zwar wird nicht jedes ICO den gewünschten Erfolg bringen, was bei Risikoanlagen normalerweise der Fall ist, aber die Chancen stehen hier weitaus besser als bei anderen Bereichen der digitalen Währungen. Gut ist hier, dass man als Gruppe auftritt und das kluges Handeln hier ebenso zum Erfolg führen kann, wie ein guter Riecher im Geschäft. Außerdem sollte sich der Investor auch emotional an das Projekt binden, statt nur finanziell. Denn persönlicher Einsatz bringt hier echte Vorteile. Trotzdem sollte eine solche Investition sehr gut überlegt sein. Alles klar, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst es uns in Form eines Daumen nach oben wissen oder eines Kommentars. Falls ihr jetzt noch weitere Videos zum Thema Kryptowährungen sehen wollt, dann schaut auf unserem Kanal vorbei und abonniert diesen für zukünftig neue Videos. Okay, danke fürs Zuschauen und viel Glück bei eurem Vorhaben.